Heute geht's, nach einer Pause von fünf Tagen bei mir, wie gesagt für euch vielleicht sofort gleicher Anschluss, einen Tag, zwei, drei Tage, falls ein Wochenende dazwischen ist. Ja, weiter geht's mit der Mission, heute auch nur ein Stündchen, ein bisschen über eine Stunde Zeit, ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. Das ist mein Mate, okay. So, was muss man hier machen? Genau, ich muss ja die Sachen erstmal übernehmen. Das heißt, wir müssen erstmal zwei Engineers hier abbauen. Ich musste mich ganz kurz reindenken, so, da haben wir alles, das haben wir alles, da haben wir es. Soweit alles hier clear, das heißt, unsere Leute können da eigentlich rein theoretisch komplett entspannt hinlaufen. Dazu suchen die Überwachung. Wenn beide Reaktoren gleichzeitig destabilisiert werden, entsteht im Energiesystem der Fettung eine Katastrophe. Ach so, oh. Ja, gut. Gut, das war jetzt nicht ganz so geil. Das ist mein... Das ist meine Panzerfabrik, scheiße. Jetzt habe ich zwei Ingenieure gebaut, da wo ich sie eigentlich rein theoretisch gar nicht haben wollte. Na gut, egal, dann bauen wir halt so. Und bauen jetzt dann nochmal das Ausbildungslager. So, das haben wir da komplett clear. Das heißt, wir müssen einfach kurz nochmal warten. Ist das ein bisschen unlucky gelaufen? Na gut. Kann man halt nichts machen. Dann holen wir uns da halt die Feltingenieure. Da weiß ich gar nicht, wo ich die überhaupt gebaut habe, wo ich die überhaupt... Ach, da. Ah, okay. Ja gut. So viel dazu. Habe ich da also doch schon gebaut? Ja, äh... So, dann gehst du da hin, gehst du da hin. Das heißt, ich habe es doch gebaut. Nur so kacke. Äh, oh. Dass ich es halt nicht gesehen habe. Da steht es. Haha. Super. Grandios von mir schon wieder. Bombe. Ähm, aber gut. So, wir gehen da hin, da hin, da hin. Wir wollten ja hier schon mal... Ja. Ich verstehe es halt nicht. Erweiterte Panzer... Ich verstehe es nicht. Warum? Ich habe das Dingens eigentlich gebaut. Maximale Freigabe. Oder kann ich halt... Darf ich denn halt... Freigabe? Maximale Freigabe. Hä? Weiß nicht. Ich raffe es halt nicht. Ich... Ich habe es gebaut. Ich weiß aber nicht, warum ich das... Ich bauen weiter bauen darf. Ich weiß es nicht. Ähm. Der instabile Reaktor hat sich selbst zurückgesetzt. Schicken Sie noch einen Ingenieur. Satellitenüberwachung bereit. Okay. Nein. Ich habe ja... Werkzeuge bereit. So, dann bauen wir halt nochmal ein. Ausbildung. Die Frage ist halt, warum... Ich kann... Ich kann es ja jetzt jetzt... Ja, ich kann es noch mal bauen. Also, das wird halt ein bisschen... Unlucky werden tatsächlich... Bereit. Hm. Da ist eine Natascha. Also, das mit den... Ich höre, Sir. Äh, Dingens ist halt echt nervig. Mit der erweiterten Freigabe und so. Als... Mal funktioniert es... Mal nicht... Wie ihr seht. Ne? Maximale Freigabe. Nach der Erteilung dieser Freigaben steht Ihnen die gesamte Militärmacht der Alliierten zur Verfügung. Habe ich gemacht? Habe ich nicht. Ich habe noch nicht mal die Tanja. Wieso? Weshalb? Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich bin komplett überfragt. Ähm... Reaktor instabil. Eine Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. So, warte mal. Ich werde gerade was ein. Ähm... Ah... 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 Alles klar. I understand. Alles klar. So. Dann... Nein. Ne, da. So. Okay. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Das heißt, wir müssen das Ding erstmal mal hier komplett platt machen. Das macht natürlich sehr viel Sinn. Ihr positioniert euch da. Sehr schön. Dass wir da ein bisschen was machen können. Position wählen. Zeitbombe geht halt auch nicht. Eine Einheit wird angegriffen. Dementsprechend. Vor allem, ich kann halt auch jetzt nicht irgendwas effektives bauen, was man jetzt sagen könnte. Ja, gut. Das schaffen wir jetzt schon. Weil, wie ihr seht, ich kann mein Ding jetzt nicht bauen. Deswegen auch immer. Keine Ahnung. Weil das MBF bauen ist eigentlich auch Schwachsinn, oder? Wird gebaut. Prospektor. Ach so. Aha. Okay. Das heißt... Wartet mal. Wenn ich rein theoretisch... Ne, hä? Ach so. Hier habe ich es halt noch nicht gebaut. Ach so läuft er. Ah, okay. Aha. Das muss man halt erstmal verstehen. Das geht natürlich auch so. Dann bist du eigentlich auch schnell genug da drin eigentlich. Okay. Ich muss die Stufen freischalten pro Hauptgebäude. Das heißt, wenn ich die beiden, ja, den Panzerfabrik und den Dingensbombens da, ähm, dort gebaut habe. Oh, das wurde aber knapp. Ingenieur einsatzbereit. Der instabile Reaktor hat sich selbst zurückgelegt. Als ob das nicht funktioniert hat. Alter. Äh, okay. Gott. Dementsprechend machen wir es halt doch anders. Okay. Ah, okay. Ah, gut. Das muss man halt auch erstmal wissen. Das muss man halt, aber wie gesagt, wirklich erstmal wissen, dass man, dass das halt so funktioniert. Äh, so, das, das, das. Kann man hier irgendwie vormarsch. Damm, dam, dam, dam. Stopp. Vorsitzfreie Stellung halten. Überrollen. Planungsmodus. Wegpunktmodus. Naja, gut. Okay. Da muss man halt erstmal hintersteigen, dass das halt so funktioniert. Habe ich jetzt tatsächlich so null erwartet. Und der macht dann damit, äh, okay. So, das heißt, so, der steht da already. Ey, da muss man halt, ey, dass das jetzt mit den Ingenieuren nicht funktioniert hat, ja gut. Das ist, äh, ein bisschen dumm gelaufen. Tatsächlich. Äh, das ist halt wirklich dumm gelaufen. So, kurz mal gucken, ob da irgendwo was ist. Äh, so. Das heißt, er sollte da eigentlich entspannt hinwatschen können. Äh, ihr könntet das Ding eigentlich nochmal kaputt machen. So, er sprintet da jetzt rüber, der ist uninteressant für uns. So, wir bauen schon mal ein paar Guardianpanzer. Jetzt funktioniert's ja. Jetzt wissen wir ja, woran es die Lege hat. Äh, um halt hier oben alles kaputt zu machen. Im Endeffekt, denke ich mal, wird's nicht mehr wirklich viel sein. Ja, die machen, greifen da weiterhin an. Ah, schöne Anfangsfälle von mir, aber hey, das bleibt drin, das ist halt nun mal so. Vielleicht doch ein bisschen dezent kack hingestellt, davon mal abgesehen, aber gut. Wir haben halt so viel Geld, ne? Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wo das ganze Geld herkommt. So. Das heißt, wir können halt die Zeit gerade nutzen, um halt ein paar Guardianpanzer zu bauen. So. Kannst du da schon mal reingehen? Wenn er halt drin ist, kann ich den da reinschicken und dann easygoing. Oh, das ist halt echt bitter gerade. Hilft mich ein bisschen. Ach, die Aufnahme fange ich jetzt nicht nochmal neu an. So, drinnen, drinnen. Perfekt. Sehr gute Arbeit, Kommandant. Ich hatte nie Zweifel, dass unsere Koalition sich bewähren und siegreich sein würde. Oh, hätte ich das gewusst, das hätte ich beim letzten Mal machen können. Egal, jetzt habe ich halt acht Minuten dafür nochmal aufgewendet. Okay, gut, egal, weiter. Das war mal wieder vom feinsten, Commander. Gute Arbeit. Und tatsächlich, die Sowjets haben sich als wichtige Verbündete erwiesen. Sir, Premier Schadenko ist in der Leitung. Er sagt, es sei dringend. Wir werden Ihren Verrat nicht dulden, Bingham. Hören Sie mich? Meine Ratgeber hatten mich davor gewarnt, den Alliierten zu vertrauen. Ich verstehe nicht. Sagten Sie Verrat? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Eva. Sir, scheinbar zielt eins unserer satellitengestützten Relaisysteme direkt auf Moskau. Ausgangspunkt ist ein amerikanischer Vorposten, von dem ich keine Ahnung hatte. Er befindet sich am Mount Rushmore Monument in South Dakota. Was? Eckermann. Den Präsidenten, und zwar schnell. Was ist da passiert in dieser Mount Rushmore Kommandozentrale, Mr. President? Die Russen verkaufen sie für dumm, mein Freund. Und solange ich Präsident bin dieser Vereinigten Staaten, werde ich das keinesfalls dulden. Bingham, Sie können mir später danken, wenn alles vorbei ist. Wenn was vorbei ist. Eckermann. Gott, er hat den Verstand verloren. Sie sollten ihn stoppen, Commander, bevor er unsere Allianz mit den Russen unterminiert. Okay, das ist natürlich jetzt hart, ne? Ja, wir spielen es natürlich wieder Solo. Präsident Ackerman ist unterwegs zum Mount Rushmore. Offenbar hat er dort einen persönlichen Stützpunkt. Es befindet sich dort anscheinend eine Art Superwaffe, die auf Moskau gerichtet und einsatzbereit ist. Wir haben nicht die geringste Ahnung, was sie dort erwartet. Aber eines ist klar. Wenn der Präsident Moskau angreift, werden die Russen zurückschlagen. Okay. Ja gut, wer weiß, ne? Da haben wir ihn, den Dude. Tanja? Okay, wir haben Tanja. Wollte da rein theoretisch nicht so viel werden. Ich fürchte, der Präsident hat den Verstand verloren. Ich kann das einfach nicht fassen. Naja, egal. Wir haben unseren Job, Commander. Zerstören Sie sofort den Sendeturm, bevor er den Feuerbefehl erteilt. Neues Einsatzziel erhalten. Schön, Sie wiederzusehen, Sir. Keine Ahnung, was ich von der Sache halten soll. Aber ich habe Befehle erhalten. Und die besagen, ich soll Ihnen beistehen. Ich bin bereit, wenn Sie sind. Okay. Zerstören Sie es, um die Geschütze abzuschalten. Neues Bonus-Ziel erhalten. Zerstören Sie es Kraftwerk. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall das erste Sanking gehen. Mit Tanja? Wir werden hier auf jeden Fall kurz vor speichern. So, genau. Nordsee jetzt sind wir schon mal und Rushmore. Ich denke mal, auch die Mission sollten wir eventuell hinkriegen heute in der kurzen Aufnahmezeit. Das Problem ist halt, dass die Hunde halt so ein bisschen, dass... Genau. Und zwar, das ist halt so das größte Problem jetzt. Die Fifi-Kussis. Da habe ich in den anderen Teilen auch schon sehr, sehr ungern gegen gespielt. Oh, schnell, 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 schnell. Darum habe ich auch... So, laden. Darum habe ich gespeichert. Weil das war relativ obvious. Obwohl, wir haben Spione und Ingenieure. Das heißt, wenn wir da reingehen, das könnten wir übernehmen. Meine Spione könnten das Kraftwerk vorübergehend abschalten. Das sind feindliche Kampfhunde. Ihre Ingenieure und Ingenieure sollten sich vorsehen. Da soll auf jeden Fall dann gleich mal ein Spion rein. Insofern Tanja, die Fifi-Kussis hier rausgenommen hat aus dem Spiel. So, einmal kurz mal infiltrieren. Okay, das macht er automatisch. Sehr, sehr schön. Das heißt, wir können reingehen, das einmal kaputt machen. Und das, ähm, wenn wir es kaputt machen. So, tack. Tack. Wir machen das Ding erstmal komplett kaputt. Nicht, dass es irgendwie gleich wiederkommt. So, dahin. Äh, oh. So, da bin ich wieder. Und jetzt können wir das Ding auch wieder das Ausbringungslager einmal übernehmen. Und damit sollen wir wahrscheinlich dann besser gegen den Panzer vorgehen. Können potenziell, denke ich mal. Und da. Oh, jawoll. Aber er hat die Leute bekommen. Gar nicht mal ich. Bisschen doof, aber nur gut. Also, ich würde da ganz gerne halt die Hunde erstmal kaputt machen. Ich erledige das. So. Ziehen wir Tanja mal mit dazu. Wie gesagt, die Hunde sind halt immer noch so das Problem. Ja, ja, sehr schön. Das Ding kaputt. Das Ding kaputt. Und der Panzer, der sollte jetzt eigentlich nicht das große Problem sein. Tanja kann ihn auch sehr, sehr entspannt halt kaputt machen. Dann gehen wir da hin. Und dann haben wir das Ding auch kaputt. Das ist richtig. Pflicht.